Nun, liebe Freunde, seid gegrüßt. Wir beginnen heute mit dem Begriff Staking. Was bedeutet es und wofür ist es notwendig? Wir sprechen über das Staking auf der Smart-Blockchain. Ihr Muttercoin ist smart. Wir haben das delegierte Proof-of-Stake. Das heißt, der Nachweis des Anteils wird delegiert. Und hier sprechen wir darüber, was auf das Netzwerk einwirkt, nämlich auf unsere Smart-Blockchain und auf ihren wichtigsten Grundcoin Smart. Dementsprechend werden wir heute über das Smart-Staking sprechen, weil das Netzwerk eine Delegierung, eine Abstimmung seiner Repräsentanten, Kandidaten und Partner erfordert. Und dafür haben wir unseren Smart-Coin. Was ist also Staking und wie funktioniert es auf der Smart-Blockchain? Einfach ausgedrückt bedeutet das Staking ein Einfrieren, das Einfrieren ihrer Smart-Coins in ihren Wallets. Zurzeit sind nur noch ein paar letzte Handgriffe nötig, damit diese Option produktiv in unserer bestehenden Smart-Blockchain funktioniert. All dies wird über unsere mobile Wallet verwaltet. Daher ist es äußerst wichtig, Ihre Smart-Wallet bis zur neuesten Version zu aktualisieren. Gerade hier bekommen Sie die Möglichkeit, Ihre Smart-Coins für Staking einzufrieren. Auf Englisch wird das als Freeze bezeichnet. In erster Linie muss man Smarts einfrieren. Sie staken, um die Ressourcen unseres Netzwerks zu erhalten. Das heißt, jetzt verwenden Sie als einfacher Nutzer Ihre mobile Wallet, führen Transaktionen mit Smarts, Tokens und Splits durch, kommunizieren mithilfe von Verträgen in Form von Take-Reward, das heißt, eine Belohnung einfordern und erhalten Ihre Belohnung. All dies sind Transaktionen. Die Transaktionen verbrauchen Netzwerkressourcen. Das heißt, jetzt verwenden Sie als einfacher Nutzer Ihre Mobile Wallet, führen Transaktionen mit Smarts, Tokens und Splits durch, kommunizieren mithilfe von Verträgen in Form von Take-Reward, das heißt, eine Belohnung einfordern und erhalten Ihre Belohnung. In erster Linie muss man Smarts einfrieren, sie staken, um die Ressourcen unseres Netzwerks zu erhalten. Das heißt, jetzt verwenden Sie als einfacher Nutzer Ihre mobile Wallet, führen Transaktionen mit Smarts, Tokens und Splits durch, kommunizieren mithilfe von Verträgen in Form von Take-Reward, das heißt, eine Belohnung einfordern und erhalten Ihre Belohnung. All dies sind Transaktionen. Die Transaktionen verbrauchen Netzwerkressourcen. Die Ressourcen in unserem Netzwerk sind Bandbreite, Bandwidth und Energie, Energy. Und in unserem Fall hat jeder von Ihnen immer 1500 Bandbreiteneinheiten pro Tag, also 1500 Bandwidth pro Tag. Alles bewegt sich nach seinem eigenen, sehr raffinierten Algorithmus, aber das tägliche Limit Ihrer Bandbreite beträgt dennoch 1500 Einheiten. Ich bin mir sogar sicher, dass einige von Ihnen jeden Tag kostenlose Transaktionen durchführen. Eine kostenlose Transaktion bedeutet, dass Sie nicht mit Smarts dafür in der Blockchain bezahlen müssen. Gebühren bedeuten Ressourcen, Bandbreite und Energie. Lassen Sie uns nun diese beiden Konzepte voneinander trennen und uns jedes einzelne genauer anschauen. Also, meine Freunde, wir haben jetzt unseren Smart Explorer geöffnet. Auf der Hauptseite unseres Blockchain-Explorers sehen wir zwei Diagramme, Nutzerkonten und Transaktionen. Nutzerkonten sind Wallets. Darüber haben wir bereits in unseren vorherigen Webinaren gesprochen. Wir wissen, dass jede beliebige Wallet in der Blockchain ein Nutzerkonto ist. Wir nehmen einfach wahllos eine dieser Wallets. Was sehen wir hier? Wir sehen diese wunderbaren Grafiken. Smart Power, Energie und Bandbreite. Im heutigen Webinar lernen wir die Konzepte von Bandbreite und Energie kennen. Wir sehen, dass das Nutzerkonto noch 1222 Bandbreiteneinheiten hat. Dies sagt uns, dass dieser Nutzer weitere Transaktionen mit Smart Contracts unter Verwendung seines täglichen Bandbreitenlimits durchführen kann. Beliebige Wallet im Blockchain Explorer öffnen und sehen kann, wie viel Energie und wie viel Bandbreite derzeit dort vorhanden ist. Beim Smart Staking haben Sie das Recht zu entscheiden, wofür Sie es tun. Das Hauptziel des Staking besteht darin, seine Teilnehmer entweder mit Bandbreite oder mit Energie zu belohnen. Das heißt, wenn Sie Ihre Smarts staken wollen, können Sie wählen, wofür Sie sie einsetzen möchten. Für Bandbreite oder für Energie. Sie können nicht für zwei Ressourcen gleichzeitig staken. Nur für eine. Sie können den Betrag, den Sie auf Ihrem Guthaben haben, aufteilen. Sie haben zum Beispiel 100.000 Smart Coins. Klasse. Sie staken 50.000 dieser Smarts für Energie und 50.000 für Bandbreite. Somit erhöht und vergrößert die Blockchain Ihre Ressourcen, die Ressourcen Ihres persönlichen Kontos, Ihrer persönlichen Wallet. Das heißt, für die Blockchain stehen Ihnen jetzt nicht 0 Energieeinheiten und 1500 Bandbreiteneinheiten pro Tag zur Verfügung, sondern viel mehr. Dies können Zehntausende Energie- und Zehntausende Bandbreiteneinheiten sein, die es Ihnen ermöglichen, kostenlose Transaktionen für die Blockchain durchzuführen und diese mit Ihren Ressourcen zu bezahlen. Lassen Sie uns nun ausführlicher darüber sprechen, was Bandbreite und was Energie ist. Bandbreite oder Bandwit ist die Bandbreite des Netzwerkes. Sie wird bei jeder Transaktion verwendet, sowohl im Smart-Netzwerk als auch beim Umlauf von Tokens. Das heißt, diese Ressourceneinheit wird für jede Transaktion im Smart-Blockchain-Netzwerk gebraucht. Und Energie ist eine weitere Ressource, eine andere Art von Ressource, die für Smart-Contracts wichtig ist. Wir eröffnen noch einmal unseren Smart Explorer. Wir aktualisieren die Seite. Wir nehmen als Beispiel eine Transaktion aus der Liste. Es handelt sich um eine Anfrage der Belohnung. Das heißt, dass jemand jetzt während des Webinars eine bestimmte Anzahl von Ultima für Splitting erhalten hat. Das heißt, er erhält Ultima als Belohnung für den Besitz von Splits. Schauen wir mal. Wie viel Bandbreite wurde für diese Transaktion ausgegeben? 280 Einheiten. Großartig. Wie viele Smarts hat der Benutzer bei dieser Transaktion verbrannt? Null. Dies sagt uns, dass das Bandbreitenlimit, das jedem Nutzer pro Tag zur Verfügung steht, diese Transaktion mit der erforderlichen Bandbreite versorgt hat. Man musste keine Smarts verbrennen und keine eigenen Smarts von seinem Guthaben ausgeben. Und nun schauen wir uns die Energie an. Die Energie, die erforderlich war, um diese Transaktion mit Take-Reward abzuwickeln und Ultima aus dem Smart-Contract zu erhalten. Das heißt, der Smart-Contract hat die Transaktion der Belohnungsanforderung ausgeführt. Eine Transaktion wird immer vom Initiator bezahlt. Das heißt, jeder Nutzer, der jeden Tag auf die Schaltfläche Take-Reward klickt, initiiert diese Transaktion und muss dementsprechend für diese Transaktion bezahlen. Damit das Netzwerk diese Transaktion bearbeiten kann, muss es einige Ressourcen erhalten und dafür verbrauchen. Und hier im unteren Teil sehen wir Bandbreite. Jeder Nutzer hat sie. Eine bestimmte Menge wird täglich allmählich erhöht, aber sie wird nicht mehr als eineinhalbtausend betragen. Wir sehen, dass 280 Einheiten in diesem Limit enthalten sind. Die Bandbreite des Nutzers reichte für diese Transaktion vollkommen aus. Er brauchte nicht seine Smarts in Bandbreite umzuwandeln. Und mit Energie ist es viel interessanter. Schauen Sie, damit diese Transaktion zustande kommt, damit sie funktioniert, hat man 54.064 Energieeinheiten bezahlt. Das heißt, für diese Transaktion wurden 54.064 Energieeinheiten verwendet. Der Nutzer hatte diese Energie nicht. Er hatte keine eingefrorenen Smarts für Staking, speziell für diese Ressource, deswegen musste er mit Smarts bezahlen. Das heißt, das Netzwerk hat den Nutzer 1135 Smarts zahlen lassen, um die Energie zu decken, die für diese Transaktion aufgewendet wurde. Was bekommen wir also? Der Nutzer hat 54.000 Energieeinheiten mit seinen 1135 Smarts bezahlt. Jetzt verstehen wir, wozu man Staking braucht. Sie bekommen Ressourcen, um weniger Gebühren in Smart zu zahlen. Wenn ich über die Ressourcen verfüge, die es mir ermöglichen, Transaktionen durchzuführen, ohne Smart Coins zu verbrennen, dann handelt es sich um praktisch kostenlose Transaktionen, die in unserer Blockchain umgesetzt werden. Stellen Sie sich nun vor, welch ein weites Tätigkeitsfeld für jeden von Ihnen, für jeden Nutzer der Smart Blockchain, mit der Einführung des Staking öffnet. Das heißt, die Möglichkeiten, die das Staking dem Nutzer bietet, sind einfach fantastisch. Wenn Sie zuvor Ihre Transaktionen mit Smarts bezahlen mussten, weil Sie nicht über die Ressourcen verfügten, so werden die Ressourcen jetzt verfügbar. Und der Nutzer, der seine Smart Coins für Bandbreite oder für Energie einfriert, erhöht seine Ressourcen. Und die Ressourcen ermöglichen es ihm, Transaktionen im Netzwerk durchzuführen, ohne seine eigenen Smarts dabei zu verbrennen. Meine Freunde, lassen Sie mich jetzt zu unserem Chat zurückkehren. Ich werde jetzt auf Stop Sharing klicken. Bitte antworten Sie, ob jetzt alles verständlich ist, ob Sie das Konzept des Staking und der Ressourcen im Netzwerk und wofür Sie ausgegeben werden, verstanden haben. Das ist sehr wichtig, meine Freunde. Ja, ich sehe Ihre Antworten. Großartig. Danke. Es ist klar. Gut. Vielen Dank. Wir bereiten uns auf die Einführung von Staking auf unserer Blockchain vor. Wenn dies geschieht, wird das Staking ohne neue mobile Wallets nicht möglich sein. Das heißt, alles muss ein wenig aktualisiert werden. Eine neue Version der Smart Wallet-Anwendung wird wie immer gleichzeitig für Android und iOS verfügbar sein. Alle drei Quellen, über die Sie unsere Anwendung erhalten können, werden auf Version 1.20.0 aktualisiert. Die aktuelle Version ist 1.90, die nächste Version wird 1.20 sein. Selbstverständlich werden diese Informationen über die Neuigkeiten der Anwendung im Store selbst angezeigt. Es wird auch angezeigt, dass das Staking jetzt verfügbar ist. Nur dort finden Sie ein neues Menü, über das wir in den nächsten Webinaren sprechen werden. Aber zunächst sollten Sie sich bloß darauf vorbereiten, dass Sie Ihre Anwendung aktualisieren müssen. Und nachdem die Anwendung aktualisiert wurde, können Sie Ihre Smart Coins staken. Ich sehe eine Frage im Chat. Meine Freunde, wir sind keine Bank. Wir sind eine absolut dezentrale Blockchain, die nach ihren eigenen Algorithmen arbeitet, die ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Ressourcen hat. Für einige ist die Transaktion einfach. Man hat einen Token und man sendet ihn. Für diese Operation brauchte das Netzwerk minimale Berechnungen. Es benötigte dafür weniger Energie. Aber für andere Transaktionen werden komplexere Rechenprozesse benötigt. Zum Beispiel, Sie hatten 3 plus 1 plus 2 plus 5, dann irgendwelche Bruchteile, eine Paarung von Transaktionen und so weiter. Das heißt, alles muss berechnet, bearbeitet und mit der Zeit korreliert werden. Smart Contracts haben unterschiedliche Funktionsweisen. Je schwieriger eine Transaktion durchzuführen und zu berechnen ist, desto teurer ist sie, weil das Netzwerk, die Blockchain, mehr Zeit und mehr Energie für diese Arbeit aufwenden wird. Dementsprechend kann ich auf die Frage nicht antworten. Wie viele Smart Coins muss man einfrieren, um eine kostenlose Splitting-Transaktion durchzuführen? Das kann ich nicht beantworten. Man muss noch die Formel zur Berechnung des Staking berücksichtigen. Im Prinzip sind die Formeln zur Berechnung des Staking für Bandbreite und Energie dieselben, werden jedoch unterschiedlich berechnet. Wie berechnet man, wie viele Ressourcen man bekommt? Wie funktioniert es im Netzwerk? Es ist ganz einfach. Ihr Staking-Anteil, das heißt, was Sie für eine Ressource gestaked haben, zum Beispiel 100 Smarts, wird durch den Gesamtbetrag des Staking geteilt, der derzeit im Netzwerk für die aktuelle Ressource vorhanden ist. Das heißt, wenn gerade Hunderte von Menschen am Webinar teilnehmen und jeder von uns einen Smart staked, wird es nach der folgenden Formel berechnet. Ihr Smart Coin wird durch alle Smarts geteilt, die für diese Ressource gestaked wurden und mit dem Tageslimit dieser Ressource multipliziert. Das ist alles. Die Formel ist erdenklich einfach. Ihr Anteil dividiert durch die Summe aller für diese Ressource gestarkten Smarts, das heißt, die Bandbreite wird als Summe der für die Bandbreite eingefrorenen Smarts berechnet und mit dem Tageslimit multipliziert. Bei Energie ist das genau das Gleiche. Ihr Anteil, der für die Energie eingefroren wurde, wird durch die Anzahl von Smarts geteilt, die für die Energie im gesamten Netzwerk eingefroren wurden und mit dem Tageslimit multipliziert. Das Tageslimit beträgt 90 Milliarden und 43.200 Milliarden pro Tag, Bandbreite bzw. Energie. Und sie werden innerhalb eines Tages berechnet. Sobald Sie Ihre Smart Coins eingefroren haben, erhalten Sie sofort Ihre Ressource. Das ist sehr schön. Fragen, die noch im Chat waren. Wann sind Sie reif? Meine Freunde, die Reifung geht sehr schnell. Beim Einfrieren von Smart Coins erhalten Sie sofort Ressourcen und können diese sofort ausgeben. Sie können Smarts zeitlich unbegrenzt einfrieren und sie jederzeit wieder freigeben. Lassen Sie uns ein wenig über die Formel sprechen. Wir alle sind Nutzer. Sie und ich haben unterschiedliche Transaktionen. Das heißt, das Netzwerk kann 1000 Energie für meine Transaktion ausgeben, es kann aber 700 oder 1700 Energie für Ihre Transaktion verbrauchen. Außerdem sind dies unterschiedliche Verträge, unterschiedliche Splits, unterschiedliche Werte. Das heißt, es gibt keine Einheitskosten für eine Transaktion. Jeder von uns hat unterschiedliche Transaktionen und das Netzwerk wird sie unterschiedlich berechnen. Die zweite Feinheit ist die dynamische Leistung des Netzwerks selbst. Das heißt, die Höhe der uns anzurechnenden Ressourcen hängt erstens davon ab, wie viel wir eingefroren haben und zweitens davon, wie viele Ressourcen im Netzwerk eingefroren wurden. Das Limit ist immer konstant. In unserer Formel haben wir zwei konstante Werte. Der erste ist die tägliche Höchstgrenze für Energie und die tägliche Höchstgrenze für Bandbreite. Der Rest ist dynamisch, sowohl wie viel sie eingefroren haben, als auch wie viel im Netzwerk eingefroren wurde. Heute haben sie problemlos 100 eingefroren. Morgen werden sie zusätzlich zu diesen 100 weitere 10 einfrieren. Das heißt, ihre Formel ändert sich bereits. Im Augenblick, als sie 100 eingefroren haben, wurde eine Million Smart Coins in der gesamten Blockchain eingefroren und eine Stunde später waren es bereits zwei Millionen. Und noch eine Stunde später waren es eineinhalb Millionen. Weil jemand eingefroren hat, jemand freigegeben hat und so weiter. Somit haben wir eine Dynamik der Ressourcenverteilung, die in erster Linie von den Nutzern des Netzwerks abhängt. Deshalb, meine Freunde, habe ich zurzeit keine Antwort auf die Frage, wie viel man einfrieren muss, damit die Splitting-Transaktion kostenlos ist. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie viel Sie staken müssen, damit es reicht, um eine Take-Reward-Transaktion einmal am Tag durchzuführen. Weil wir erstens nicht wissen, wie viel Sie mit einem Mal einfrieren und zweitens wissen wir nicht, wie viel insgesamt eingefroren wird. Je mehr gestarkte Coins im Netzwerk vorhanden sind, desto geringer wird unser Ressourcenanteil, weil wir nur über begrenzte Ressourcen verfügen. Es gibt immer zwei Hauptparameter, die Limits. Gut, dass die Informationen darüber in unseren Anwendungen und in unserem Explorer vorhanden sein werden. Sie können Ihre mobile App öffnen und sehen, ja, ich habe Ressourcen, ich habe Energie, ich habe Bandbreite, okay. Dieser Indikator steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Und Sie können darauf achten, wie viel Sie heute für eine Transaktion ausgegeben haben, wie viel Sie gestern ausgegeben haben. Sie können das vergleichen. In der Regel sind die Energiekosten für die gleichen Arten von Transaktionen gleich. Wir haben also herausgefunden, dass wir über Netzwerkressourcen, Bandbreite und Energie verfügen. Wenn wir über Bandbreite sprechen, wird sie überall verwendet. Aber wenn wir über den nicht kostenintensiven Teil der Energie sprechen, handelt es sich in der Regel um Smart-Transaktionen. Das heißt, wenn Sie mit Smarts arbeiten, benötigen Sie keine Energie. Aber wenn Sie Smart-Contracts brauchen, dann brauchen Sie Energie. Alle Tokens auf der Smart-Blockchain sind also Smart-Contracts. Split 1, Split 2, Split 15, Split 48, Ultima und alle anderen Tokens sind allesamt Smart-Contracts. Die Arbeit mit Smart-Contracts erfordert Energie. Sie können selbst entscheiden, welche Transaktionen Sie ausführen, wofür Sie Ressourcen benötigen, für Transaktionen mit Smarts oder für Transaktionen mit Smart-Contracts. Und Sie haben das Recht zu wählen, welchen Anteil Sie für die Energie und welchen Anteil Sie für die Bandbreite einfrieren möchten. Meine Freunde, beim Staking geht es um eine schrittweise Einführung dieser Option. Das heißt, auf der primären Ebene sprechen wir über das Staking für Bandbreite und Energie. In Zukunft, wenn Abstimmungen möglich werden, wird Smart Power erscheinen. Dann werden wir über diesen sehr coolen APR-Indikator sprechen, wenn es um die Smart-Belohnung geht. Wenn Sie ein Energielimit haben, öffnen Sie jetzt Ihre Wallets. Sie haben dort ein Smart-Symbol. Ein Symbol mit Münzen. Dort sehen Sie nun zwei Grafiken. Das sind Bandbreite und Energie. Das heißt, Sie werden dort Nullen haben. Das sagt uns, dass wir keine Energie sparen können. Dies ist keine Einlage, kein Sparkonto. Es ist nichts, was ich heute nicht ausgebe, aber morgen noch mehr davon bekomme. Der maximale Wert, den Sie derzeit pro Tag in Ihren Wallets haben, beträgt 1500 Bandbreiteneinheiten. Wenn wir kein Staking machen, können es nicht mehr als anderthalb sein. Egal wie viel wir ausgeben, egal wie wir es sparen, es sammelt sich nicht an. Es ist im Wesentlichen konstant und wartet nur darauf, dass Sie es ausgeben. Haben Sie es nicht ausgegeben? Dann bleiben 1500 übrig. Haben Sie es ausgegeben? Nun warten Sie ein wenig, es wird mehr. Es sammelt sich im Laufe eines Tages an und wird aktualisiert. Die Antwort auf die Frage, ob man die Einheiten zusammenrechnen kann, lautet also Nein. Welche Freigabeperiode hat das Staking? Gute Frage. Bevor wir zum Freigeben kommen, sprechen wir darüber, was Einfrieren und Freigeben bedeuten. Dabei handelt es sich nicht um eine Transaktion und nicht um zwei. Wenn wir eine Einfriertransaktion durchführen, entfernen wir praktisch die Tokens von unserem verfügbaren Guthaben. Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt 100.000 Smarts in Ihrer Wallet. Wenn Sie sie einfrieren, stehen Ihnen 0 Coins zur Verfügung. Nur eine 0, wenn Sie alle 100.000 Smart Coins für Ressourcen einfrieren. Wenn Sie diese eingefrorenen Smarts an einen anderen Ort transportieren möchten, müssen Sie eine Freigabetransaktion durchführen. Die Freigabezeit beträgt derzeit 14 Tage. Dies wird im Netzwerk, in unserer Blockchain öffentlich angezeigt. Jetzt gibt es keine Informationen über funktionale Daten, weil kein Staking überhaupt im Netzwerk ist. Aber wenn es fertig ist, werden die Informationen zur Entsperrung natürlich bekannt gegeben. Sie wird in allen Chats und Anleitungen veröffentlicht und natürlich bei unseren nächsten Webinaren angekündigt. Beachten Sie jedoch, dass es einen Zeitraum gibt, in dem Sie Ihre Coins freigeben können. Die Freigabezeit beginnt, sobald Sie auf die Schaltfläche Unfreeze Smarts klicken. Sie müssen sie selbst abholen. Sie kommen nicht von alleine in Ihre Wallet. Sie werden nicht von alleine verfügbar sein. Sie können sie übertragen oder vom Staking abheben. Die Coins tauen eine Zeit lang wie ein Stück Fleisch in der Mikrowelle auf. Jetzt müssen Sie dieses Stück Fleisch herausholen. Der Freigabevorgang ist unsere Mikrowelle. Sie dreht sich, es taut auf und bleibt stehen. Das Gleiche gilt für Ihre Wallet. Die Coins wurden aufgetaut, aber Sie müssen diese abholen und auf Ihr verfügbares Guthaben übertragen. Sie sollten wieder zu Ihren verfügbaren Smarts werden. Sie müssen eine weitere Transaktion durchführen, damit diese Coins Ihr verfügbares Guthaben erreichen und Sie sie verwenden können. Die Antwort auf die Frage, wann beginnt Smart Staking zu funktionieren? Meine Freunde, bald. Wie viel und wofür wird Staking generieren? Eins. Ja, wir sprechen von einem Coin. Das heißt, dass der minimale Staking-Betrag einen Smart-Coin beträgt. Für wie lange wird Smart eingefroren? Meine Freunde, für wie lange Sie das möchten. Das heißt, Sie können die Taste Einfrieren drücken und nach einer Minute Freigeben. Das Staking 2.0 ermöglicht Ihnen das erneute Einfrieren und die Auswahl der Zeiträume, in denen Sie freigeben möchten. Das heißt, es ist alles unter Ihrer Kontrolle. Ihr Smartphone, Ihre Wallet, Ihr Konto, Ihre Verwaltung. Ohne Probleme. Wird es möglich sein, Smarts zum Staking zu senden? Das ist sehr wichtig. Smart Staking ist ein Ausnahmephänomen in der Blockchain. Das heißt, Sie als Besitzer Ihrer Tokens müssen diese selbst in Ihrer Wallet einfrieren. Und wie ich zu Beginn des Webinars sagte, niemand schickt etwas zum Staking. Dies alles geschieht in Ihrer Wallet, in Ihrer Adresse, auf Ihrem Guthaben, auf Ihrem Konto in der Blockchain. Diese Reihenfolge mit Zahlen und Buchstaben ist Ihre Adresse, Ihr Konto und alles geschieht darin. Alles, was Sie auf Binance, auf Bybit oder anderswo einfrieren, hat nichts mit der Blockchain zu tun. Dies sind nicht Ihre Tokens. Dies sind nicht die Tokens, die Sie auf Ihrem Guthaben haben. Sie besitzen Sie nicht. Sie sind Eigentum der Börse. Und was Sie damit macht und was Sie Ihnen dafür gibt, das ist Ihr Anliegen. Hier erhalten Sie keine Ressourcen vom Netzwerk und arbeiten nicht direkt mit dem Netzwerk zusammen. Wenn Ihnen jemand anbietet, Ihre Smarts an eine Super-Staking-Wallet zu senden, die Ihnen fünfmal mehr Energie, hundertmal mehr Bandbreite und andere Extras gibt, ist das kein Staking. Das Staking geschieht nur bei Ihnen und steht nur unter Ihrer Kontrolle. Es gibt keine anderen Möglichkeiten, an Ressourcen zu kommen, es sei denn, es handelt sich um echtes Staking. Senden Sie Ihre Smarts niemals irgendwo hin, wenn Ihnen jemand sagt, dass er sich mit dem Staking beschäftigt und Ihnen das Blaue vom Himmel verspricht. Nein, das alles kann nicht sein. Deshalb, meine Freunde, sendet unter keinen Umständen etwas ab. Wo ist das in den Wallets zu sehen? Warten Sie ab, es wird in der Version 1.20 sichtbar sein. Ist es geplant, die prozentuale Verbrennung von Smarts von den Produktkosten zurückzuerhalten? Freunde, momentan gibt es Burning Fee in der Höhe von bis zu 5%. Das funktioniert, wenn wir über Ultima sprechen. Dort ist das alles erhalten geblieben. Bekommen wir einen Prozentsatz in Form von SMART für das Staking? Wir müssen verstehen, dass Staking und Voting zwei verschiedene Sachen sind. Belohnung in Smarts gibt es nur für das Abstimmen. Sie müssen verstehen, dass, sobald wir SMART einfrieren, neben Bandbreite und Energie auch eine dritte Art von Ressourcen entsteht. Das ist Voting. Das ist Smart Power, was für Stimmen ausgegeben wird. Und wir werden unsere Stimmen dafür ausgeben, um für Kandidaten zu stimmen. Entweder für Superrepräsentanten oder für Superrepräsentanten von Partnern. Um eine Belohnung in Form von Smarts zu erhalten. Man sollte verstehen, dass wir eine junge Blockchain sind. Erst letztes Jahr haben wir das Netzwerk gestartet, die Blockchain funktioniert, alles funktioniert, alles ist großartig. Es wurden Splits für die Splitting-Technologie ausgegeben. Wow, cool, einzigartig, revolutionär. Wir bewegen uns im Format der vollständigen Dezentralisierung und möchten für alle Menschen absolut klar sein. Eine junge, völlig neue Blockchain, die auf dem Markt noch nie zuvor existiert hat. Jetzt eröffnen wir die Möglichkeit, sich mit dem Staking zu beschäftigen. Das heißt, wir geben die vollständige Kontrolle über das Netzwerk in die Hände unserer Nutzer. Jeder, der Smarts besitzt, kann sie einfrieren, Ressourcen dafür erhalten und später kann er wählen und an Wahlen teilnehmen. Das wird allmählich möglich sein. Wir starten zunächst das Staking, bei dem es möglich sein wird, Ressourcen von NBS Energy zu erhalten. Die nächsten Schritte sind Voting und Erhalt von Smart-Prozenten für die Abstimmung, da es sich bei einem Voting-Reward um genau diese Smarts handelt. Es wird für Stimmen ausgegeben. Nicht für Staking als solches, sondern speziell fürs Abstimmen. Daher besteht die primäre Bedeutung des Staking nicht darin, Smart zu bekommen, sondern darin, Ressourcen zu beschaffen. Wenn wir über die Ressource Smart Power sprechen, kann es für Stimmen ausgegeben werden. Dies kann im Hinblick auf den Erhalt einer Smart-Provision von Vorteil sein. Wird es Ethereum-Staking bei uns geben? Ja, meine Freunde, wir arbeiten daran. Wir werden keine Bitcoins einfrieren, aber Ethereum und Thron schon. Steht während der Freigabezeit keine Energie für kostenlose Transaktionen zur Verfügung? Sicherlich. Sobald Sie auf Freigeben klicken, sind Ihre Ressourcen weg. Auf Wiedersehen. Wir hatten es gut auf Ihrem Konto, aber wir müssen sie verlassen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ressourcen nur im Staking-Zustand erhalten, wenn die Coins eingefroren werden. Wenn Sie sie freigeben, auch während der Freigabezeit, sind die Ressourcen nicht mehr bei Ihnen. Sie werden nicht mehr verteilt. Sie stehen Ihnen nicht mehr zu. Nur im eingefrorenen Zustand haben Sie Anspruch auf eine Ressource, in keinem anderen. Alle Aktualisierungen, über die wir gesprochen haben, werden in der mobilen Anwendung und im Explorer stattfinden. Es werden viele neue Registerkarten hinzugefügt. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihnen etwas zunächst unklar sein wird. Keine Sorge. Wir werden das alles gemeinsam durchgehen. Heute muss ich Sie nur darauf vorbereiten, dass uns Staking erwartet. Wie viele Smarts können maximal eingefroren werden? So viele Sie haben. Alles, was Sie haben, können Sie einfrieren. Hauptsache nicht weniger als eins. Na dann alles Gute für Euch. Viel Glück. Und ich mache mich wieder an die Arbeit. Tschüss. Und ich mache Ihnen dieses Zville. Ich mache Ihnen alles. Was das? Also. Ich mache Ihnen etwas.